Mit der Wahl haben sich die Mehrheitsverhältnisse im Trierer Stadtrat völlig geändert. Bislang bildeten CDU und die freie Liste UBM eine Mehrheit, doch beide Fraktionen haben Sitze verloren. Der neue Stadtrat konstituiert sich in seiner ersten Sitzung am 25. August. Wie sich die neuen Verhältnisse auf die Stadtpolitik und die beigeordneten Wahl im Herbst auswirken werden, darüber hat TV-Redakteurin Christiane Wolf mit dem Trierer Oberbürgermeister Klaus Jensen gesprochen. Also die Kräfteverhältnisse im Stadtrat sind durch die Wahl völlig durcheinander geschüttelt worden. Haben Sie mit einem solchen Wahlergebnis gerechnet? Also ich habe nicht damit gerechnet und auch nicht gehofft. Im Gegenteil, dass sieben Gruppierungen im Stadtrat vertreten sind. Die NPD, das ist schon schlimm für Trier, dass sie vertreten ist. Dass sich die Dinge verändern, dass die Linke reinkommt, dass die CDU und UBM verlieren, die SPD etwas stärker wird. Da habe ich schon mit gerechnet, aber nicht in dem Umfang. Verdanken denn die gestärkten Sozialdemokraten und Bündnisgrünen ihren Wahlerfolg noch der Wechselstimmung, die es ja auch zu ihrer Zeit gab, als sie gewählt wurden? Ich denke zum Teil schon. Die ganz große Wechselstimmung ist nicht entstanden im Wahlkampf, nachdem auch die Parteien sich sehr angenähert haben in verschiedenen kommunalpolitischen Fragen, nicht zuletzt auch durch meine Wahl bedingt. Aber es gab sicherlich viele, ich habe das so in der Stadt mitbekommen, die sich gewünscht haben, dass diese eindeutigen Mehrheitsverhältnisse nicht mehr bestehen. Was denken Sie denn, zu welchen Koalitionen oder Kooperationen es im nächsten Stadtrat kommen kann? Also die ganz unterschiedlichsten, das sagen die Zahlen schon, das wird sich sicherlich an den Sachfragen, die zu entscheiden sind, entsprechend entscheiden, wer mit wem zusammengeht. Ich werde weiterhin so wieder daran arbeiten, dass möglichst ein hohes Maß an Gemeinsamkeit in den Beschlüssen erreicht wird, weil das ist für die Situation, in der sich die Stadt Trier gerade finanziell befindet, ausgesprochen wichtig, dass mehr die Gemeinsamkeiten als das Trennende betont werden. Und da, wo es unterschiedliche Auffassungen gibt, da werden sich, glaube ich, auch unterschiedliche Mehrheiten finden. Was denken Sie denn, wird es denn manchmal knapp werden, besonders wenn man bedenkt, dass die Stadt mit Steuereinbußen zu rechnen hat, in nicht unerheblicher Höhe, das werden ja harte Haushaltsverhandlungen werden? Das werden sicher harte Haushaltsgespräche werden, das glaube ich auch. Aber die fünf Fraktionen aus dem alten Stadtrat haben auch bis auf eine Gegenstimme den letzten Haushalt nahezu einstimmig verabschiedet. Und das ist auch mein Ziel in den nächsten Haushaltsberatungen, hohes Maß an Gemeinsamkeit. Kann es denn sein, dass die NPD bei einigen Entscheidungen das Zündern an der Waage spielen kann? Das darf nicht passieren. Da sind alle anderen Fraktionen, Parteien aufgefordert, sich so zu verhalten, einzustellen, dass das nicht passiert. Das darf nicht sein, dass wichtige Entscheidungen, die die Stadt Trier betreffen, durch die Stimme der NPD entschieden werden. Neben den Haushaltsberatungen stehen im Herbst dann auch die Neuwahlen der beiden CDU-Abgeordneten, Holkenbrink und Bernharding, an. Wie werden sich denn die neuen Verhältnisse im Stadtrat auf die Wahlen und auf die Neubesetzung dieser Stellen auswirken? Gut, das wird man sehen, wenn die Bewerbungen eingegangen sind und die Bewertungen der Parteien, der Fraktionen erfolgt sind. Der neue Stadtrat wird zunächst die Ausschreibung der Stellen beschließen müssen, auch den Zuschnitt. Ich behalte mir vor, dem neuen Stadtrat auch neue Dezernatszuschnitte vorzuschlagen. Dann wird darüber entschieden, dann wird die Ausschreibung erfolgen und dann wird man sehen, wie sich die Fraktionen entscheiden. Rechnen Sie denn mit einem Wechsel an den beiden Stellen? Das ist Spekulation.